So, wo sind wir und was machen wir hier? Wir sind bei Baba Haft zum Besuch heute und gehen auf den Klappbaum. Aber das Wichtigste hat heute Geburtstag. Also wir feiern deinen Geburtstag noch ein bisschen. Wie war die Fahrt? Gut. Wer hat geschlafen, also hatte ich meine Ruhe. Sieht aber schön hier aus. Schön, dass du da bist, Bruder. Vielen lieben Dank, mein Bruder. Hätten wir mich nötig gewesen, mein Bruder. Geht's dir gut? Alhamdulillah, mein Bruder, immer wieder alles. Maschine, immer noch. Alle Ehrengassen, Bruder, ja? Es ist meine Ehre hier, dass Christian gekommen ist, mein Bruder, alle. Heute Abend feiern wir, gell? Christian ist im Haus, Frankfurt Nummer eins. Danach komme ich aber, ja? Ich habe durch ihn über 50 Kilo abgenommen. Und ich kann euch auch genau ein Foto zeigen, wie ich vor einem Jahr aussah. Es war genau so. Ja, oder? Hatte 135 Kilo. Und jetzt müsst ihr nur noch den Feindschiff holen, ab 1.1. Online-Gym, ab geht's. Komm, wir steigen in den Bus, wir machen ein bisschen Quatsch. Komm, nimm die Kamera mit. Hey, hier, komm, steig einfach alle ein, wo ihr Platz findet. Da ist auch ein Taxi. Hey, hier ist noch ein Platz frei. Nein, Mann, mehrere, wir können im Gang stehen, macht euch keine Sorgen. Kommt, alle, wir machen hier türkischen Bus, alle. Ja. Türkischen Bus hier, alle. Dolmus. Christian, schön, dass du da bist, gell? Alle, alle. Respekt und Liebe. Milo, schön, dass du da bist, Milo. Christian, Herz, mein Bruder. Gracie, schön, dass du da bist. Wo ist Zufi denn eigentlich? Das ist der nächste Baba in diesem Raum. Rizzo. Ja, Bruder. Bestell mal bitte 15 Flaschen auf Pi, bitte. Wer soll die schon mal kalt stellen? Die müssen schön kalt sein. Wie mit Römisch und ich. Aber 150 Euro Einkaufspreis, gell? Normaler. Wir zahlen gar nichts, Alter. Beste Blog in Deutschland. Christian hat uns alle überholt, wie gesagt. Ständig auf Platz 1 in den Trend. Frankfurt Nummer 1. Neue Nummer 1. Neue Nummer 1, ne? Alle müssen alle besoffen machen, ja? Einmal alle! Unser Oberhaft wird jetzt mal einheizen. Mit unserem Frankfurter Sobs. Ich hab was Geiles für dich. Und für dich auch. Ich bin bereit für meinen Auftritt. Es ist für mich eine Ehre, dass Christian heute da ist. Es ist ein bisschen guter. Ich wünsche ihm alles Beste auf seinem Weg. Weiterhin viel Erfolg. Liebe Grüße nach Frankfurt. Crackfurt. Ich will den Grüßen von Haftgefell. Ich hab gesehen, ihr wart mit Jizzis wieder unterwegs. Ich hab gehört, der ist im Knast jetzt wieder. Noch nicht. Noch nicht? Gazi, liebe Grüße, mein Bruder. Schaffst du. Die Zeit geht schnell vorbei. Wir halten die Stellung. Pass auf dich auf, Gazi, Alter. Du bist ein guter. Bleib gesund, Bruder. Und pass auf dich auf im Knast. Sei für dich aufheben. Es ist frei. Bei werden es frei. WOLTV Warum Mediterbar vor Zeit Sie haben erste Kraft Geil ist das, der Bickel und der Bickel. Geil ist das, der Bickel und der Bickel. Geil ist das, der Bickel und der Bickel. Ich will aber ausgezahlt werden, wenn ich gewinne. Du hast schon mal Automatt gespielt. Nee, ich bin eh kein Zocker. Überhaupt nicht. Das ist so viele Konzerte, wenn wir kleine Rap-Karrieren haben. Alles im Plano. Ich liebe meinen Bruder Hafenfeld. Ich bin immer für meinen Bruder da. Und wie heute, heute ist der Geburtstag. Obwohl ich hier gebrochenes Bein habe, bin ich trotzdem da. Und da ist mein Schatz. Was passiert bei deinem Bein? Mein Bein, was passiert ist, ich war zu stark. Gefällt dir dein Kuchen? Ja, super, danke. Klapp noch, ihr seid die Besten. Ich habe noch gar nicht getrunken. Ich habe noch gar nichts getrunken. Ich tue nur so. Ich bin für euch. Raus hier! Uuuuh, hi! Versuchst du mich? Darfst du die Hand nehmen? Nein, 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 nein! Marty ist noch an der Achtung. Ich muss gleich so viel von da rauskommen. Ja. Dann kommst du hier nicht mehr raus. Okay wir lassen dich mal raus. Okay wir lassen dich mal raus. Okay wir machen raus. Schönen guten Burstag noch. Schönes Wurzag noch. Los, pass auf! Schenk für euch! Schenk für euch! Bruder, wo ist das? Ray Charles? Hit the road Jack Don't come back no more no more Hit the road Jack Don't come back no more What is that? I got a girl named Sue I don't know what to do She rocked in the east, she rocked in the west Ich springe in Dubai Warum willst du, Bruder? Bruder, wir machen Dings, Bruder Diese geistig gestörte, wo du einfach aus dem Rucksack raussprichst Das ist doch das! Ja? Ich mach das mit dir, kein Problem So, jetzt bin ich nicht alleine zum Glück Ich mach dich scheiß drauf Ja, ich auch! Ja, aber wieso? Hoffentlich passiert was, dann haben wir hinter uns! Und wenn ich runterfalle, fängt es mich auf Haha Das sind alle Wie ein Mann, wie Mauer Wie Mauer Mauer Jo Leute, wir sind jetzt hier im Hotel Machen uns fertig Wir gehen rüber zur Aftershow Party Und jeder, der zum geilen Outfit eine geile Uhr haben will Sollte die Seite Chronix besuchen Chronix ist eine der größten Uhrenplattformen hier in Deutschland Ob Gebrauchte Uhren, Vintage Uhren oder Nagelneu Uhren Für jeden was dabei Und das Wichtigste Alles auf Echtheit geprüft Mit dem Rabattcode Eckerlin gibt es einen geilen Rabatt auf euren Einkauf Auf geht's Am Ende des Jahres Ich mag Weihnachten Ich mag meinen Geburtstag Ich mag Silvester Aber sonst unter des Jahres bin ich ruhig Med characters Und das ist ein Einungsbilder Auf geht's Vorab, du bist Auf geht's Auf geht's Empower Auf geht's 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 Wir sind wieder zu Hause angekommen, nach einer langen Nacht. War gut anstrengend, aber war sehr schön. Vielen Dank an Haft für die Einladung. Ich gehe jetzt ins Training. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Auf geht's.